Musik Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer auf der Plattform Die Vision des Guten. Dieser kleine Video soll Ihnen zeigen, wie Sie sich auf der Plattform registrieren können und wie alles funktioniert. Jetzt befinden wir uns auf der Startseite. So schaut es aus. Im unteren Bereich sind immer noch aktuelle Informationen und jetzt scrollen wir ganz nach unten. Jetzt sehen Sie da unten ein rosafarbenes Feld, wo steht Anmelden. Das benutzen Sie erst, wenn Sie registriert sind. Jetzt wollen Sie sich neu registrieren. Ganz nach unten gehen, noch kein Mitglied und da klicken wir drauf. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da sehen Sie jetzt die Daten, die einzugeben sind. Jetzt machen wir das einfach mal mit meinem Namen. So, und der Nachname. So, die E-Mail, da habt ihr gelesen, die ist gleichzeitig Benutzername. Das muss man sich merken. Da gebe ich jetzt nb.time2do.ch ein. Darunter muss ich das nochmal wiederholen. Auch nb.time2do.ch und jetzt ein Passwort. Wir nehmen jetzt einfach mal 1234567 und das ändern wir natürlich wieder. Das Land klicken wir an. Da ist dann Schweiz drin. Postleitzahl geben wir mal ein, hier von Ahrburg 4663. Und jetzt sagt er einen Moment. Und da unten steht noch, weitere Informationen zu Projekten und Veranstaltungen per E-Mail möchte ich erhalten. Das klicke ich natürlich auch an, weil mir ist es ja wichtig, wenn die Vision des Guten eine neue Information hat, es um neue Projekte, Veranstaltungen geht, um neue Treffen, die man machen kann, dass ich das da alles sehen kann. Und jetzt klicke man nur noch drauf, jetzt registrieren. Was steht da? Vielen Dank, Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Bitte klicken Sie darauf und aktivieren Sie den Zugang. Jetzt haben wir unsere Mail bekommen. Jetzt gehen wir ins andere Programm rein. Somit haben wir uns erfolgreich registriert. Jetzt sind wir wieder auf der Startseite. Scrollen nach unten bis zu dem Feld Anmelden. Gehen da drauf. nb.time2do.ch So, das ist mein Benutzername. Jetzt kommt wieder mein Zauberpasswort hinein. Und dann klicken wir auf Anmelden. Das wollen wir nicht speichern. Und jetzt meldet sich das System unter der Registrierung an. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Schwupp, schon sind wir drin. Und jetzt sehen wir da. Willkommen Norbert, aha, er hat mich erkannt. Schön, dass du da bist. Das finde ich auch. Jetzt haben wir links News, verbunden Anfragen in der Nähe meiner Anfragen. News. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen. Im Moment sind dort alle Informationen zum Start-Event drin, der auf der Website von Time2do und von der Vision des Guten.org beschrieben ist. Alle weiteren News zu treffen und weiteren Events finden Sie immer da. Verbunden ist der nächste Menüpunkt. Alle Menschen, mit denen Sie bereits über die Plattform im Kontakt sind, finden Sie hier. Es sind natürlich jetzt noch keine drin, weil ich habe mich gerade eben registriert, also kann ich mit noch gar niemand verbunden sein. Jetzt haben wir den nächsten Menüpunkt, Anfragen. Hier sehen Sie, wenn jemand mit Ihnen in Kontakt treten möchte, Sie können entweder die Kontaktanfrage annehmen oder ablehnen. Nehmen Sie die Anfrage an, kann derjenige, der Ihnen die Kontaktanfrage gestellt hat, Ihre Namen und Ihre E-Mail-Adresse sehen. Sie können sich nun gegenseitig eine Mail schreiben und in Kontakt treten. Wenn Sie möchten, können Sie sich natürlich auch treffen. Hier empfehlen wir beim ersten Treffen, sich an einem neutralen Ort zu treffen, Kaffee, Restaurant, im Park, wo auch immer. Nächster Menüpunkt, in der Nähe. Hier sehen Sie eine Karte mit Stecknadeln. Jede Stecknadel symbolisiert einen Menschen, der sich auf der Plattform angemeldet hat, also sich registriert hat. Unter der Karte sehen Sie Vornamen einzelner Menschen und den Ort, wo sich diese Menschen befinden. Daneben ist der Button Kontaktanfrage zu sehen. Wenn Sie diesen Button klicken, bekommt der Angefragte eine Kontaktanfrage von Ihnen. Im Menüpunkt Anfragen, wo wir eben waren, kann er die dann sehen. Dann machen wir das einfach mal, dass Sie das sehen. So, jetzt haben wir da das Menü. Und da sind schon viele, viele Nadeln drauf. Dann schauen wir mal, wer da bei uns in der Nähe ist. Können wir das auch... Ah, St. Gallen da, die Melanie in Ahrburg. Da tun wir jetzt mal den Kontakt anfragen. Genau, haben wir gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. So, unsere Anfrage ging an die Melanie. Wenn die Melanie das angenommen hat, dann sehen Sie jetzt oben unter Verbunden steht eine 1. Wenn wir jetzt etwas hochscrollen, sehen wir hier folgende Personen sind mit dir verbunden. Melanie aus Ahrburg. Und alles Weitere ist immer selbsterklärend. So können Sie sich mit vielen Menschen verbinden und mit denen Informationen austauschen. So, dann haben wir noch ganz oben den Lockout. Links oben befindet sich der Button Lockout. Hier können Sie sich abmelden. Nun sind wir schon am Schluss von allem angelangt. Jetzt kann ich nur noch sagen, viel Freude, viel Spaß. Nutzt diese Plattformen, vernetzt euch, trefft euch, besprecht euch. Und wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen oder Projekte veröffentlichen wollt, dann schickt die an unsere E-Mail-Adresse. time2be at time2do.ch Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß, viel Information, viel Vernetzung und viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Euer Norbert. Bis zum nächsten Mal.